Oft haben Eltern eine ganz andere Vorstellung, wenn es um die Berufliche Zukunft von ihrem Kind geht. Das Video ist für eure liebe Eltern. Wir erklären dir, wie du mit Interesse und Unterstützung das Kind bei der Berufsaal unterstützen kannst. Als Mami oder Papi habe ich am Anfang eine klare Vorstellung, was mein Kind werden soll. Für die Kinder ist es am Anfang sinnvoll und logisch, wie sich mit den Eltern und vielleicht auch mit dem Beruf verbunden fühlt. Sie haben keine Vorurteile gegenüber dem Beruf. In jedem Beruf kann man in der Schweiz glücklich werden. Das eigene Interesse an den Beruf, das eigene Interesse an den Lehrbetrieb und unterstützt euer Kind auf dem Weg nach seinem passenden Lehrberuf. Es ist wichtig, dass du dich in dein Kind hineinversetzen kannst. Die Interessen und Stärken von deinem Kind sind entscheidend. Dein Kind soll gerne in die Lehre gehen. Es soll seinen Weg gehen und herausfinden, was am besten zu sich passt. Musik . Musik .